Die Holdovers sind die Schüler der legendären Barton-Akademie, die nicht wissen, wo sie die Ferien verbringen sollen. Deine Aufgabe ist, die Sicherheit der Jungen und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Tu wenigstens so, als ob du ein Mensch wärst. Zwei Wochen lang sitzen sie nun mit ihm fest. Wrong, gentlemen! Vom Regisseur von The Descendants und Sideways. Machen wir das Beste daraus. Guckst du mir etwa in meinen Ausschnitt? Nein. Ja, ihretwegen werde ich gefolgt. The Holdovers. Jetzt nur im Kino.